Unglaublich. In Deutschland entfacht Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine kontroverse Debatte, in dem sie vorschlägt, Asylverfahren zu beschleunigen. Nicht durch Effizienzsteigerung oder Digitalisierung, sondern durch reduzierte Kontrollen. Diese Änderung stößt auf Kritik, da sie möglicherweise Sicherheitsbedenken und Fragen der ordnungsgemäßen Verfahrensprüfung aufwirft. Das generelle Problem ist, dass die deutsche Politik häufig erst auf ernsthafte Probleme reagiert, wenn diese unübersehbar werden. Der Staat ist in bestimmten Bereichen, wie der Wirtschaft und Bürgerregulierung, übermäßig aktiv, während er in anderen wichtigen Bereichen, wie der inneren Sicherheit und Gesetzeseinhaltung, Defizite aufweist. Konkret zur Asylpolitik. Faesers Plan beinhaltet weniger Überprüfungen von Pässen, Ausweisen und Smartphones, was die Identitätsfeststellung erschweren könnte. Zudem sollen weniger Informationen über Asylsuchende im Schengener Informationssystem gesammelt werden und Sprachen- sowie Dialekterkennung sollen nur noch in Einzelfällen eingesetzt werden. Diese Maßnahmen, die laut einer E-Mail der Flüchtlingsbehörde, die der Bild-Zeitung vorliegt, bis auf Weiteres gelten sollen, werden als potenzielle Sicherheitsrisiken angesehen. Die Maßnahmen könnten auch zu einer erhöhten Belastung Deutschlands führen, da beispielsweise keine Rückführungen von Dublin-Fällen nach Griechenland mehr stattfinden sollen, was die Aufnahme und Kosten von Flüchtlingen für Deutschland erhöht. Die Situation in Deutschland ist überfordert und es stellt sich die Frage, warum es für Politiker schwer zu sein scheint, geltendes Recht durchzusetzen und illegale Aktivitäten entsprechend zu ahnden. Kritiker sehen in den Vorschlägen von Nancy Faeser eine Verharmlosung der Probleme und eine Politik, die nicht auf langfristige Lösungen abzielt, sondern auf schnelle, vielleicht auch oberflächliche Antworten. Dieses Vorgehen wird als symptomatisch für einen politischen Ansatz angesehen, der mehr auf kurzfristige Schadensbegrenzung als auf nachhaltige Problemlösung ausgerichtet ist.